Das wird es nie wieder geben. Hat es auch noch nie gegeben, dafür gibt es Gründe. Jürgen Klopp, Ihre Premiere bei uns in der Red Bull Arena. Navi Keita hat es Ihnen eingebrockt. Wir sind aber zufrieden mit dem Ausflug hierher. Ja, absolut. War natürlich toll. Tolle Atmosphäre, richtig schönes Stadion. War hier früher das alte Zentralstadion. In dem habe ich noch gespielt. So lange ist das her. Ich habe im alten Stadion gespielt. Dann haben wir hier gewonnen und haben die Zuschauer die Bänke kaputt gemacht. Deshalb haben sie Neues gebaut. Das ist eigentlich auch mir ein bisschen zu verdanken. Es hat viel Spaß gemacht und alles gut. Wir sind tolle Jungs, die uns da gegeben haben. Kleingeld. Wollte ich gerade sagen, zufrieden mit den beiden auch heute. Ja, obwohl ihr uns schön ausgenommen habt und wir viel zu viel Geld für sie bezahlt haben. Sind wir trotzdem ganz zufrieden. Es war ein deutliches Spiel. Wir kommen gleich zu den beiden Jungs. Es war ein deutliches Spiel am Ende. Auch Neuzugang Nune ist bei euch eingeschlagen, könnte man sagen. Was nehmt ihr mit für die kommenden Wochen, auch mit Richtung Start Premier League? Ja, dass wir noch ganz viel arbeiten müssen, weil wir einfach noch nicht fit sind. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben die erste Woche Vorbereitung gehabt. Dann sind die Nationalspieler erst zurückgekommen. Dann sind wir direkt nach Asien. Da kann man jetzt einfach nicht so richtig trainieren. Mit zwischen zwei Spielen sowieso nicht. Eigentlich geht es jetzt los. Heute muss man beißen. Heute muss man da durch. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass ein Fußballspiel weh tut. Physisch. Dann müssen wir darüber hinweg. Das haben wir dann heute gemacht. In der zweiten Halbzeit. Mehr Bewegung drin gehabt. Dann ist natürlich Mo schenkt. Da haben wir den Elfmeter. Und dann noch drei Tore drauflegen. Ist natürlich ein Traum jetzt für ihn. Und hilft uns natürlich total. Nun zu unseren zwei Jungs. Ibu und Naby. Great to have you back at our Red Bull Arena. Ibu, for you. It's been just one year. Naby, for you. Several more. How excited were you both to be back in Leipzig? Maybe Ibu, you want to start and then you can tell. No, no, no. It's longer for you. It's okay. We are happy to be back to Leipzig. We love this team. And this team helped me more for my career. But I said just thank you to them. And they have a good team now. They look forward for the season. Good look for them. I'm very, very happy to be there. In the end we could see the fans loved to have you back. You went to the crowd in the end and you got a blast. How did it feel to be with your crowd, your former crowd? Yes, of course. I was very, very happy for us. And for me personally it was very good because I remember last season I didn't say ciao to the fans. and now to come back and see them again and see his face, the face of everybody. I was very happy. Okay, we won 5-0 but that's fine. This is a preseason and I hope the team next year will do a lot of greetings. Sounds good but we have to talk about the result. Couldn't you have been a bit less hard on us? Maybe one or two goals less? No, I think it's just preseason. We traveled this morning very early and we came just to our rest after we ate. After we came here was a good challenge for us. But we played against a very nice team of Leipzig and after this is normal Leipzig is a very big club. And Naby and me we played for this team and we are very happy and I hope for the next season. Thank you very much. And we hope to see you in the Champions League, right? Maybe in the group stage? Yeah, why not? Why not? But then probably not a 0-5. Come on, come on, come on, come on, come on. At least one picture. One picture, one picture. Just one picture. No, 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 no. Without this guy, nobody of us will be in Liverpool. Never, never, never. He has us a lot. Of course. No, 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 no. Okay. He speaks English. He speaks English, he speaks English. Yeah, Naby, he speaks English for a long time. Our big brother. He did a lot for us. And we have to thank him a lot, a lot, a lot, a lot. Again a lot, a lot. No, 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 no. He's sticking to the Manifest? Yeah, I'll be right back. No, 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 no. But, we have to, we have to keep him in Leipzig though. Don't take him to Liverpool. No, no. Come with us, come with us, Nana. No, no, it's fine. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. That's awesome. Thank you. Thank you. That's great. Wow! Wow! famous music? Untertitelung des ZDF, 2020